Ist das dein Ernst? Du kannst nicht angewidert gucken, Kato-san? Gut, dann versuchen wir es mal mit einem wütenden Gesichtsausdruck. Als ob du ein Aderkreuz an deiner Schläfe hättest. Das kannst du auch nicht? Klappt dann ein Schweißtropfen? Du kannst nicht mal niedergeschlagen aussehen? Wie soll ich es denn so schaffen, einen Gesichtsausdruck von dir zu zeichnen? Was soll ich bloß mit dir anstellen? Ich weiß nicht, was ich anders machen soll. Ich werde etwas üben gehen. Sag mal, was fällt dir ein? Damit bist du endgültig für mich gestorben. Nein, ich habe nichts davon für dich gemacht. Also würde dir bloß nicht drauf ein. Dann können wir ja etwas unbe абonmeldet. Die Gäste der Gäste des Gäste. Die Gäste der Gäste des 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 Gäste. Vielen Dank.